Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Kürbisbrotauflauf. Der Kürbisbrotauflauf ist eine Variante des Rezepts für Kürbis mit Käsebrotfüllung, gedacht für den Single-Haushalt, für den ein ganzer Kürbis zu viel ist. In der Auflaufform zubereitet, schmeckt die Kombination von Kürbis mit Käse, Brot und Gewürzen genauso gut. Für 1 Personen werden folgende Zutaten benötigt. Ein halbmittelgroßer Hokkaido-Kürbis, altbackenes Weizenbrötchen oder ein gleichgroßes Stück Weißbrot aus Vollkornmehl. 150 bis 200 Gramm Vollfetter, würziger Käse, zum Beispiel. Appenzeller, Greerzer, oder ein mittelalter Gouda wie zum Beispiel. Old Amsterdam, 100 bis 150 Milliliter Schlagsahne, 50 Gramm Butter oder gutes Pflanzenöl mit wenig Eigengeschmack, zum Beispiel. Sonnenblumenöl, Distillöl, Maiskaimöl, kein Olivenöl, frisch geriebene Muskatnuss, Kurkuma, frisch gemahlener Pfeffer aus der Mühle, Salz. Folgende Utensilien werden benötigt. Schneidebrett, großes, scharfes Küchenmesser, Muskat oder Küchenreibe, Schneebesen, Auflaufform. Zubereitung Backofen auf 180 Grad vorheizen. Den Kürbis gut waschen und trocken tupfen. Kürbis in zwei Hälften schneiden, eine Hälfte zur späteren Verwendung in den Kühlschrank, Gemüsefach, legen, die andere Hälfte aushöhlen, Kerne und das weiche, schwammige Innere auskratzen und entsorgen. Kürbis in kleine Stücke schneiden, die harte Schale wird beim Backen weich und ist essbar, also nicht schälen. Brötchen bzw. Weißbrot in kleine Würfel schneiden. Käse in kleine Würfel schneiden. Sahne mit Pfeffer, Salz, frisch geriebener Muskatnuss und einer kräftigen Prise Kurkuma-Pulver verrühren. Auflaufform mit Butter oder Pflanzenöl ausfetten. Kürbiswürfel, Brotwürfel und Käsewürfel in die Auflaufform schichten und mit der gewürzten Sahne übergießen. Backgitter auf die unterste Schiene des Backofens schieben, Auflaufform darauf platzieren und bei 180 Grad Celsius etwa 45 Minuten backen, bei reichen 30 Minuten aus. Als Beilagen eignen sich Hierzu passt sehr gut ein frischer Blattsalat, Gemüsesalat oder ein bunt gemischter Salat je nach Saison und Geschmack. Diese Varianten gibt es. Noch leckerer, aber auch kalorienreicher wird das Gericht, wenn man die Brotwürfel vor dem Einfüllen in die Auflaufform in etwas Butter anröstet. Je nachdem, ob man es mild oder pikant, soft oder hot, haben will, kann man die Gewürze variieren, zum Beispiel weniger Schärfe und mehr Sahnekäsegeschmack, oder heftige Schärfe mit Hilfe von Chili-Pulver und viel Farbe durch Kurkuma. Asiatische Kräuter und Gewürze wie Ingwer, Zitronengras oder Koriander, die sehr gut zu Kürbis passen, geben dem Gericht einen besonderen Geschmack. Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit!